Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite hier auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich spiele heute mal wieder eine Runde Solo. Mal gucken, wie werde ich kommen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und let's go. So, ich würde mal ganz entspannt sagen, wir landen in Retail. Auch wenn es ganz abgeschnitten von meiner Flugbahn ist, egal. Mal schauen, wie viel wir rausholen können aus der Runde. Ich habe irgendwie Lust, meinem Nachbarn Besuch abzustellen. Hallo, Nachbar? Bist du da? Nachbar, hallo? Geil, er ist nicht da. Jetzt kann ich Sachen machen, die ich machen will, ohne dass er es mitkommt. Ich reibe mal schön sein Haus ab. Er wird ja nicht böse sein. Ey, seine Schatztruhe ist nicht da. Mist. Na, das war irgendwie immer anders. Da hinten sind erstens Schüsse und zweitens irgendwie eine Schatztruhe. Ja, Mann. Eigentlich wollte ich ja dich beschützen, aber du standst mir in der Schussbahn. Schare. Ey, Mida, das macht kein Auge. Ey, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich muss mal gucken, warum leckt es ein Liebe? Ja, gut. Wer natürlich nicht auf Europa spielt oder da, wo ein Best-Ping hat, dann... Könnt es natürlich ein bisschen kritisch werden. Ach, komm. Ich bin natürlich ganz, ganz schön doof. Jetzt hätte ich hier acht Kohlen mitnehmen können, halb mich aber zuerst mal mit dem Kohlen. Anstatt als ich ihn einfach mitnehmen. Zuerst noch ein bisschen Match-Farmen. Jo. Und da kommt schon der erste Gegner. Oh, ich bin sowas von Lost. Der hat mir aber gut Schaden gemacht hier. Aber leider hat er nicht genug. Ich fack ihn jetzt ab. Er hat mich gekillt, Mann. Ey, wird das was? Ich... Könnte sich mir vorstellen, dass es ein Sieg wird, aber ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt... mich noch konzentriere... ...dann könnte ich mir vorstellen, aber... Ich bleib mal auf High-Ground. Ich glaub, der eine Trottel ist... ...entweder... ...immer noch da oben oder... ...medien von deposiert. Okay, jeder kommt auf jeden Fall gut pushen. Scheiße. Alter, ich bin so los! Nein! Scheiße! So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.